Alice White, Auge um Auge Die mysteriösen Fälle von Sherlock Holmes und Pater Brown, Folge 6 Nach den Charakteren von Sir Arthur Conan Doyle und Gilbert Keith Chesterton Gelesen von Peter Potsek Was bisher geschah Sherlock Holmes, Pater Brown und Dr. Watson durchsuchen gemeinsam mit den Brüdern Emmanuel und Dominik erneut Bruder Gabriels Labor nach Hinweisen zu dessen Verbleib Dabei stoßen sie auf die aktuellen Aufzeichnungen zur Pflanzenkreuzung zwischen der Solara Elixiris und der Lumenflor die offenbar in vollem Gange ist Pater Brown befürchtet, dass Bruder Gabriel erneut entführt worden sein könnte und ist in großer Sorge Sherlock Holmes versucht ihn zu beruhigen und prophezeit, dass Bruder Gabriel bald zurück sein wird Tatsächlich taucht Bruder Gabriel kurz darauf im Labor auf und wird zugleich von Pater Brown zur Rede gestellt, wo er gewesen sei Als Bruder Gabriel seine Liebe zu Elaine gesteht, erhält er allerhand Ratschläge von seinem Ziehvater sowie von Sherlock Holmes Doch die Gespräche werden abrupt unterbrochen, als Bruder Severin unerwartet in der Tür auftaucht und kurzerhand ein Disziplinarverfahren gegen Bruder Gabriel fordert, da dieser gegen die Regel des Heiligen Benedikt gehandelt habe Dr. Watsons Tagebucheintrag Montag, 9. Dezember 1889 Diese Folge wird aus der Sicht von Dr. Watson geschildert Wie bitte? rief Pater Brown entsetzt und sprang von seinem Stuhl auf Sofort eilte Holmes herbei und versuchte die Situation zu entschärfen, indem er sich zwischen Pater Brown und Bruder Severin stellte Gemach, gemach Bruder Severin, begann er ruhig und mit einer gewissen Autorität in der Stimme Ganz so einfach ist das nicht, wie Sie sich das vorstellen Erstens ist ab Thomas nicht zugegen, um ein solches Verfahren zu leiten Zweitens ist fraglich, ob ein Disziplinarverfahren unter diesen Umständen gerechtfertigt wäre Und in einem angemessenen Verhältnis stünde Immerhin hat Bruder Gabriel nicht direkt gegen die Regeln verstoßen Im Gegenteil, er ist ihnen schlussendlich gefolgt Wenn noch Zeit verzögert und zu meinem großen Bedauern, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf Und drittens, schloss Holmes sein Plädoyer mit Blick auf seine Taschenuhr Sollten Sie sich um diese Zeit wohl besser ums Mittagessen kümmern, Bruder Severin Und nach einer kurzen Pause fügte Holmes mit zifisantem Lächeln hinzu Nicht, dass man sie sonst noch wegen Unzuverlässigkeit aus dem Orden schmeißt Das ist ja allerhand, rief Bruder Severin sichtlich verärgert über Holmes Wagemutigen Vorstoß in seine Richtung und erwiderte Sie werden doch nicht etwa behaupten, dass es den Ordensregeln entspricht Wenn ein Bruder wochenlang Kontakt zu einer Frau unterhält Bruder Gabriel hätte gleich zu Beginn seiner Affäre Rechenschaft darüber ablegen müssen Dies hat er aber offensichtlich nicht getan Bei dem Wort Affäre konnte Holmes sich ein lautes Lachen nicht verkneifen Wutschnaubend fuhr Bruder Severin fort Stattdessen hat er uns alle hinters Licht geführt und uns alle zum Narren gehalten Zu allem Überfluss hat Bruder Gabriel möglicherweise auch noch ernsthafte Gefühle für diese Frau entwickelt Er scheint sich derzeit im Unklaren darüber zu sein, welchen Weg er zukünftig einschlagen wird Vermutlich hat er sich bereits um den kleinen Finger wickeln lassen von dieser Frau Die letzten Worte stieß Bruder Severin mit einer guten Portion Verachtung in der Stimme aus Voll argwohn beäugte er seinen sichtlich beschämten Bruder, der daraufhin zu Boden blickte Nun, nun, Bruder Severin, lassen Sie mal die Kirche im Dorf, sagte Pater Brown und stellte sich schützend vor Bruder Gabriel Ich muss gestehen, dass die Strenge, mit der Sie Bruder Gabriel behandeln und ihre abweisende Haltung gegenüber Frauen Mir Anlass zur Sorge geben Doch das ist ein Thema für einen anderen Tag In diesem Fall plädiere ich für milde Gabriel ist nicht nur ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft, sondern auch ein unersetzlicher Heilkundiger Wie jeder andere Bruder hier verdient er Verständnis und Nachsicht Die Glocken vom Kirchturm schlugen gerade zwölf Uhr und Pater Brown fügte ein wenig Verlegen hinzu Ich schließe mich meinen Kollegen Holmes an Es wäre jetzt wohl wirklich angebracht, das Mittagessen aufzutischen, Bruder Severin Die anderen Brüder warten sicher schon im Speisesaal Wie versteinert blickte Bruder Severin Pater Brown in die Augen Dann sagte er mit strenger Miene Sie und ich wissen, dass Abt Thomas während seiner Abwesenheit für solche Fälle eine Vertretung vorgesehen hat Und dass Sie diese Rolle zu erfüllen haben Was meine Aufgaben in diesem Kloster betrifft, erwiderte Pater Brown, während er Bruder Severins Blickstand hielt Lassen Sie mal meine Sorge und die von Abt Thomas sein Sie sind befangen, Pater Brown, entgegnete Bruder Severin unbeirrt Ich werde daher persönlich dafür sorgen, dass dieser schändlichen Situation angemessen begegnet wird Und unter der Bruderschaft eine Abstimmung anleiten Bruder Gabriel muss dringend Buße ablegen Dieser Schandfleck darf keinen Tag länger unseren Orden beschmutzen Mit diesen Worten stapfte Bruder Severin eilig davon und hinterließ ratlose Gesichter Schließlich ergriff Pater Brown das Wort Mein Gabriel, wir müssen dich noch von einer traurigen Nachricht aus Südfrankreich unterrichten Die uns heute Morgen erreicht hat Begann ihr ernst Bruder Gabriel richtete seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf Pater Brown Unser alter Kollege und Freund Auguste Dupin, den wir für die laufenden Ermittlungen um Hilfe gebeten hatten Wurde kürzlich ermordet Fuhr Pater Brown fort Das zeigt einmal mehr, wie ernst die Lage ist Und dass wir es hier mit einer weitaus größeren Organisation zu tun haben Als es Scotland Yard bisher angenommen hat Bruder Gabriel wurde blass um die Nase und hielt sich betroffen das Kinn Das tut mir sehr leid zu hören, Vater Obwohl Bruder Gabriel erschrocken wirkte, schien ihn diese Nachricht nicht gänzlich zu überraschen Holmes und ich tauschten kurze Blicke aus Und ich wusste, dass er in diesem Moment dasselbe dachte Es war klar, dass die Bedrohung, der wir gegenüberstanden Weit über das hinausging, was wir bisher erfasst hatten Die Ermordung von Dupin war ein Zeichen dafür Dass wir es mit einem Feind zu tun hatten, der keine Skrupel kannte Und bereit war, jeden zu beseitigen, der ihm im Weg stand Dies verlangte von uns nicht nur äußerste Vorsicht Sondern auch eine enge Zusammenarbeit Und ein noch schärferes Gespür für die kommenden Herausforderungen Ich schlage vor, sagte Holmes schließlich Dass wir unsere Befragung mit Bruder Gabriel erneut verschieben Es ist recht spät geworden Ja, pflichtete Pater Brown bei, wir sollten uns jetzt zum Essen begeben Mit väterlicher Bestimmtheit und finsterem Blick Schob Pater Brown die Brüder Gabriel und Dominik Richtung Tür Im Schweißesaal herrschte eine ungewöhnliche Anspannung Als Bruder Severin den schweren Suppenkessel wenig behutsam und laut scheppernd Auf der langen Tafel absetzte Spritzten mehrere Fontänen Linsensuppe aus dem Topf Und landeten auf der makellos weißen Tischdecke Hinter vorgehaltener Hand führten die Mönche flüsternde Gespräche Während ihrer Blicke unentwegt auf Bruder Gabriel ruhten Seine bloße Anwesenheit schien eine unbestimmte Unruhe unter ihnen zu verbreiten Und die übliche Stille im Speisesaal wurde von einem leisen Gemurmel durchdrungen Offensichtlich hatte sich die Geschichte von Bruder Gabriel und Schwester Elaine bereits im Kloster herumgesprochen Und es sah ganz danach aus, dass Bruder Severin auch seine persönlichen und weniger friedfertigen Gedanken zu der Angelegenheit kundgetan hatte Seine Worte hatten stets einen nachhaltigen Einfluss auf die Brüder Und auch diesmal schienen sie ihrer Wirkung nicht verfehlt zu haben Deutlich war aus dem Gemurmel und Getuschel das Gesprächsthema zu vernehmen Die Zukunft von Bruder Gabriel Bruder Gabriel sollte einen Eid darauf abgeben, dass er sein Leben ab sofort und für alle Zeit voll und ganz unserem heiligen Benedikt widmet und alle botanischen Spielereien unterlässt flüsterte Sakrisant Matthias mit gesenkter, jedoch dominanter Stimme während er sich zur Kontor Ignatius wandte Diese Experimente mit Pflanzenkreuzungen mögen interessant erscheinen aber sie lenken ihn nur von seinen wahren Pflichten ab Außerdem könnten sie das Gleichgewicht und die Harmonie unseres Kloster stören Solche Abweichungen von unseren strengen Regeln dürfen wir nicht dulden Kanto Ignatius runzelte die Stirn Findest du nicht, dass du dein wenig übertreibst, Bruder Matthias? Übertreiben? Gar nicht! kam sofort die energische Antwort von Bruder Judah dazwischen der sich nun ebenfalls in das Gespräch einmischte Bruder Gabriels botanische Experimente sind mehr als nur Spielereien sie bergen Gefahren, die wir nicht überblicken können Kantor Ignatius blickte von einem zum anderen und seufzte tief Aber hat Bruder Gabriel nicht auch schon viel Gutes durch seine Kenntnisse der Botanik bewirkt? Seine Heilmittel haben vielen von uns geholfen Bruder Matthias schüttelte den Kopf Das mag sein, aber der Preis dafür ist zu hoch Wir müssen die Reinheit und den Fokus unserer Gemeinschaft bewahren Ein erneutes Gelübde wäre das Mindeste, was er tun sollte Seine Worte hatten eine schneidende Klarheit Die die Anspannung in der Luft noch verstärkte Pater Brown sowie die Brüder Gabriel und Dominic fühlten sich sichtlich unwohl Während Holmes und ich die Situation weitestgehend unbemerkt vom hintersten Eck der Tafel aus beobachten konnten und in Ruhe unsere Suppe löffelten Das Gemurmel wurde zunehmend lauter und die Gespräche hitziger in denen immer deutlicher wurde, dass die Bruderschaft sich in zwei Lager spaltete Die Gruppe derjenigen, die auf Seiten von Bruder Severin standen und die Gruppe der anderen, die zu Bruder Gabriel hielten Schließlich sprach Pater Brown ein Machtwort Genug jetzt, dieses Hin und Her führt doch zu nichts Brüder, wir sind hier, um gemeinsam und in Eintracht zu essen Lass die Angelegenheit von Bruder Gabriel und Schwester Elaine ruhen und uns darauf besinnen, was wirklich zählt Unsere Gemeinschaft und unser Streben nach Frieden und spirituellem Wachstum Spirituelles Wachstum, dass ich nicht lache stänkerte Bruder Severin gleich dagegen Du bist doch nur neidisch, weil du damals kein Glück bei den Frauen hattest, Bruder Severin rief Bruder Silvanus quer über den Tisch Seine Worte durchdrangen den Saal und ließen eine Totenstille zurück in der seine Stimme noch einige Male an den Wänden wiederhallte Die Atmosphäre erstarrte und keiner außer Holmes wagte weiter zu essen Einige Mönche nahmen eine geduckte Haltung ein in der weisen Voraussicht auf das, was nun folgen würde Andere wiederum blieben kerzengerade sitzen und sahen Bruder Severin stirnrunzelnd und auffordernd an Bruder Silvanus' provokante Aussage hatte eine heftige Reaktion bei Bruder Severin ausgelöst Vor Wut bebend schleuderte er höchst unflätige und beleidigende Worte zurück über die Tafel die ich hier nicht wiederholen möchte Dabei hämmerte er mit geballten Fäusten auf den Tisch, wodurch einige der Suppenteller klirrend an den Rand der Tafel hüpften und drohten, auf dem Boden zu zerschellen Schnell wurden sie von ihren jeweiligen Besitzern in Sicherheit gebracht Schließlich stand Bruder Severin auf, schob seine Ärmel hoch und setzte zu einer handfesten Auseinandersetzung mit Bruder Silvanus an, der das Angebot ebenfalls für eine geeignete Lösung zu halten schien Doch bevor die Situation vollends eskalieren konnte, erhob sich Pater Brown hastig von seinem Stuhl drängte die beiden Streithähne mit Nachdruck und der Hilfe einiger anderer Brüder auseinander und wies sie an, wieder auf der jeweils gegenüberliegenden Seite der Tafel Platz zu nehmen Beschwichtigend hob er die Arme wie zu einer Segnung und rief nahezu flehentlich Was ist mit eurem Zusammenhalt geworden, Brüder? Habt ihr vergessen, wie wichtig es ist, gerade jetzt einander zu unterstützen und den Rücken zu stärken? Pater Brown ließ seinen Blick über die besorgten Gesichter der Brüder schweifen Wir sehen uns derzeit mit großen Herausforderungen konfrontiert, angefangen von den entsetzlichen Entführungen unserer Brüder bis hin zu den merkwürdigen Vorfällen in der Shadowkeep Ein betroffenes Raunen ging durch die Brüderschaft, als die Erinnerung an die jüngsten Ereignisse zurückkehrte, bei denen unter anderem Bruder Gabriel entführt und in der Shadowkeep-Ruine gefangen gehalten worden war Seitdem lag dieser Schatten wie eine Bedrohung über dem Kloster Walterm Abbey und die Brüder fühlten sich zutiefst verunsichert Wir dürfen nicht zulassen, dass der Vorfall unserer Gemeinschaft spaltet, fuhr Pater Brown fort Im Gegenteil, wir müssen enger zusammenstehen denn je, wenn wir diese Prüfungen bestehen wollen und den gegenseitigen Respekt und die Wertschätzung füreinander bewahren Lasst euch nicht in Zwietracht und Misstrauen verleiten, egal wie die Dinge scheinen mögen und überlasst das Richten unserem Vater, dem allmächtigen Gott Auf der anderen Seite der Tafel erhob sich nun Bruder Adrian in einer gekonnt anmutigen Pose Pater Brown, ich verstehe deine Sorge um unsere Gemeinschaft Doch sollten wir auch die Fakten nicht ignorieren, begann er Bruder Gabriel hat unsere Regeln missachtet und könnte weiteren Schaden anrichten Als Prior ist es meine Pflicht, die Stabilität des Ordens zu wahren Wir müssen Maßnahmen ergreifen, die unseren Glauben und unsere Regeln schützen Ich stehe hinter dem Orden und werde dafür sorgen, dass wir den Prüfungen gewachsen sind Nach diesen Worten sprang Bruder Severin wie vom Blitz getroffen auf und stellte sich demonstrativ neben Bruder Adrian Los Brüder, rief er, wir müssen diese Angelegenheit ein für alle Mal klären und über Bruder Gabriels Sanktion entscheiden Wo kämen wir hin, wenn jeder so handeln würde? Sein Verhalten muss Konsequenzen haben und zwar schnell Ehe unser Orden durch seine Anwesenheit weiterhin beschmutzt wird Mit entschlossenem Blick ging Bruder Severin voran und gab den übrigen Brüdern ein deutliches Zeichen, ihm zu folgen Bruder Adrian, sichtlich verwirrt, aber bemüht, den Schein zu wahren lief in dieselbe Richtung Mehrere Brüder, darunter auch Bruder Matthias und Bruder Judah, erhoben sich wie auf Kommando und schlossen sich Bruder Severin an, während dieser herrschsüchtig Richtung Tafel zurückblickte und rief Wer jetzt sitzen bleibt, wird dies noch bereuen Pater Braun, der seit seinen letzten Worten in eine Art transartigen Zustand übergegangen war, hielt die Blicke der verbliebenen Brüder fest, während er sie mit eindringlicher Stimme beschwor, lasset uns besonnen bleiben, lieber Brüder Gemeinsam werden wir den Weg finden, der unsere Gemeinschaft am besten dient Möge der Herr uns leiten und uns die Kraft geben, das Richtige zu tun Einige Mönche nickten zustimmend, während andere unsicher auf ihren Plätzen saßen Ungewiß über den nächsten Schritt Besorgte Blicke wurden auf Bruder Gabriel gerichtet, der verlegen von seinem randgefüllten Suppenteller saß Die Stille, die auf Pater Browns Worte folgte, war gespannt und von Nervosität erfüllt Immer wieder standen Brüder vereinzelt auf und schickten sich an, der Gruppe, um Bruder Severin hinterher zu eilen Hielten jedoch nach einigen Schritten inne und kehrten sichtlich verwirrt an den Tisch zurück Nach einigem hin und her kehrte schließlich Ruhe am Tisch ein Die verbliebenen Mönche, die nun noch fast die Hälfte der Bruderschaft ausmachten, löffelten hungrig und in stiller Eintracht ihre Suppe weiter Das Geräusch des Essens wurde von einem merklichen Schweigen begleitet, das die Stille vor dem Sturm deutlich unterstrich Hin und wieder wurden mitfühlende und wohlwollende Blicke auf Bruder Gabriel gerichtet, der weiterhin nachdenklich in seine Suppe starrte Gabriel, bitte isst doch etwas, flüsterte Pater Brown durch die Stille und lenkte erneut die volle Aufmerksamkeit auf Bruder Gabriel, dem seine Henkers Mahlzeit verständlicherweise nicht so recht behagen wollte Er tat Pater Brown den Gefallen und bemühte sich, einige Löffel zu sich zu nehmen Ich hatte mir unterdessen bereits einen zweiten Teller von der zugegebenermaßen vorzüglichen Suppe geschöpft und aß sie genussvoll neben Holmes, der ebenfalls keinen Grund zur Beschwerde hatte Ich muss schon sagen, dass Bruder Severin seine Sache als Koch verstand Als der Suppenkessel trotz der Uneinnehmlichkeiten bis auf den letzten Tropfen geleert worden war, übernahm Bruder Immanuel das Einsammeln der Suppenteller und brachte sie in die Küche Einige Brüder begannen sich leise miteinander zu unterhalten und die Spannung in der Luft war wieder deutlich spürbar Pater Brown sah nachdenklich aus Er schien seine nächsten Worte an die Bruderschaft zu überlegen und abzuwägen Doch er wurde jäh unterbrochen, als die Mönche um Bruder Severin erneut den Saal betraten und sich im Gleichmarsch der Tafel näherten Ihre Schritte halten durch die Luft und erinnerten an eine drohende Gewitterfront, die sich am Horizont zusammenbraute Zielstrebig steuerte Bruder Severin auf Bruder Gabriel zu und kam einige Meter vor ihm abrupt zum Stehen Beinahe feierlich zückte er ein Blatt Papier und hielt es sich vors Gesicht Meine Brüder, begann er laut und mit stolzgeschwellter Brust Es wurde einstimmig und somit mehrheitlich beschlossen, dass Bruder Gabriel unter keinen Umständen Schwester Elaine wiedersehen darf Dann wandte er sich mit bedrohlicher Gebärde direkt an Bruder Gabriel Solltest du sie doch wieder treffen, Bruder Gabriel, so bist du die längste Zeit Ordensbruder gewesen Bruder Severin machte eine längere Pause, um seine Worte wirken zu lassen Er schaute Bruder Gabriel voll argwohn in die Augen, bis dieser seinen Blick nicht mehr standhalten konnte und verschämt zu Boden blickte Zufrieden räusperte sich Bruder Severin und fuhr mit wichtiger Miene fort Bruder Gabriel, du hast das Vertrauen unserer Gemeinschaft missbraucht und den integren Ruf unseres Ordens schwer beschädigt Zur Reinigung deiner Seele sollst du daher folgende Buße leisten Du wirst täglich Bußgebete sprechen und bis 6 Uhr abends fasten Darüber hinaus wirst du in deiner freien Zeit Lektoratsarbeit in der Bibliothek sowie liturgische Dienste in der Sakristei verrichten Außerdem wirst du eine einjährige Pilgerreise in strenger Enthaltsamkeit und Einsamkeit zu den entferntesten Benediktinerklöstern zur Selbstreflexion antreten Sobald du einen von uns auserwählten Bruder in deine Heilkunde eingearbeitet hast Bruder Severin schloss seine Rede mit bedrohlichem Unterton Möge dir diese Buße zur Leiterung verhelfen, Bruder Gabriel, und dazu beitragen, dass du zu einem besseren Bruder und Ordensmitglied wirst Bruder Severins Blick glitt über die am Tisch versammelten Mönche Seine Miene streng und unerbittlich, als erwartete er keinen Widerspruch Holmes hochgezogene Augenbraue entging mir nicht, was in der Regel selten der Fall war Ich grübelte über die Worte von Bruder Severin nach und fragte mich, was Holmes daran wohl seltsam fand während sich die Mönche in leise Gespräche vertieften, in denen sie die Schwere der auferlegten Buße diskutierten Obwohl den Benediktinern, im Vergleich zu Orden wie den Franziskanern, strenge Sitten nachgesagt wurden erschien mir diese Buße angesichts der Umstände dennoch ein wenig überzogen Auch Bruder Silvanus schien nicht zufrieden zu sein und baute sich vor Bruder Severin auf Seit wann hast du hier eigentlich das Sagen, Bruder Severin? fragte er lauthals Abgesehen davon, dass Abt Thomas die Vertretung seines Amtes während seiner Abwesenheit ausdrücklich in die treuen Hände von Pater Brown gegeben hat Ist Prior Adrian der zweitranggrößte Bruder in diesem Kloster? Und nicht du? Bruder Silvanus' Blick glitt zu Prior Adrian, der ein wenig angespannt auf seinem Stuhl saß, während Bruder Severin weiterhin selbstsicher an seinem Blatt Papier festhielt Wer hier die Buße kundtut, ist Nebensache Bruder Silvanus ergriff schließlich Bruder Adrian das Wort Man konnte förmlich hören, wie Bruder Severin bei der Aussage vor Wut die Luft anhielt Noch ehe ihm etwas Unsachliches herausrutschen konnte, fuhr Bruder Adrian fort Unsere Priorität ist der Schutz des Ordens Da Abt Thomas nicht hier ist, wurde die Entscheidung, die Angelegenheit mit Bruder Gabriel ins Reine zu bringen, aus Dringlichkeit getroffen Auch wenn Bruder Adrian nach außen hin souverän auftrat, so verriet mir der Unterton in seiner Stimme doch eine gewisse Unzufriedenheit über Bruder Severins Vorgehen Bruder Severin wiederum, der den subtilen Vorwurf überhört hatte, pflichtete Prior Adrian mit wichtiger Miene bei Ich blickte zu Holmes, um herauszufinden, ob er wohl auch etwas zu der Angelegenheit beizusteuern hatte Doch Holmes' Aufmerksamkeit galt Bruder Gabriel, der völlig in sich gekehrt da saß Und von der ganzen Debatte um sich herum kaum etwas mitzukriegen schien Während die Brüder über die Frage der Autorität und Gültigkeit der Entscheidung diskutierten, lächelte Bruder Gabriel still vor sich hin Erst jetzt bemerkte ich die Rose, die er auf dem Schoß sanft zwischen seinen Fingern hin und her drehte Die muß wohl in seinem Gürtel gesteckt haben, dachte ich so vor mich hin, als plötzlich ein weiterer Gedanke hinzukam Ob er wohl bereits seine Entscheidung über seine Zukunft getroffen hatte? Jedenfalls schien ihm das, worüber gerade nachsann, beseelt und glücklich zu stimmen Bruder Severin schien davon keinerlei Notiz zu nehmen Er war zu sehr damit beschäftigt, gegen Bruder Gabriel zu wettern Und klinkte sich in die inzwischen heiß gelaufene Diskussion der Brüder über die rechtmäßige Durchführung dieses ungewöhnlichen Beschlusses ein Pater Brown, der bei dem ganzen bisher stiller Zuhörer geblieben war, faltete die Hände zu einem letzten Stoßgebet Daß er seinen Blick nach zu urteilen, dem Heiligen Vater hinauf schickte Dann erhob er sich entschlossen vom Kopfende der Tafel und richtete seine Worte an die Anwesenden Meine lieben Brüder, bitte hört einmal her Pater Brown wartete geduldig, bis sich die Gemüter einigermaßen beruhigt Und die meisten der Brüder wieder ihren Platz eingenommen hatten Dann fuhr er mit ruhiger, gesetzter Stimme fort Ich appelliere an eure Vernunft Die auferlegte Buße, vor allem die Pilgerreise, erscheint mir unangemessen und unlogisch zugleich Sie führt Bruder Gabriel in eine Situation der Isolation und Entbehrung, die wenig dazu beiträgt Den Frieden und die Harmonie in der Gemeinschaft wiederherzustellen Anstatt ihm die Möglichkeit zu geben, sich mit seinen Brüdern zu versöhnen Soll Bruder Gabriel von ihnen getrennt und in die Einsamkeit geschickt werden Nicht nur, dass wir ihn somit weiteren Gefahren schutzlos ausliefern würden Wir würden außerdem die Spaltung innerhalb der Bruderschaft noch weiter vertiefen Und Bruder Gabriel von seinen Brüdern entfremden Anstatt ihn zurück in die Gemeinschaft zu integrieren Habt ihr außerdem darüber nachgedacht, was es für unser Kloster bedeuten würde Wenn wir unseren geschätzten Kräutermeister für solch lange Zeit entbehren müssten? Darum bitte ich euch Lasst uns nicht voreilig urteilen, sondern in Liebe und Güte handeln Ich werde gleich eine Eildepesche an Abt Thomas senden und ihn über die Angelegenheit in Kenntnis setzen Ich bin mir sicher, dass die angestrebte Buße nicht in seinem Sinne ist Ich mag getreu des heiligen Benedikt in ihrer Strenge und Stärke als notwendig erscheinen Aber wir sollten nicht vergessen, dass wahre Stärke in der Vergebung und im Zusammenhalt liegt Wir stehen vor einer wichtigen Weggabelung Gehen wir den Weg des Misstrauens und des Widerstands? Oder gehen wir den Weg des Herzens und des Friedens? Lasst uns wieder aufeinander zugehen und gemeinsam eine Lösung finden, die unserem Orden dient und unseren Glauben festigt Lasst uns darüber nachdenken, wie wir als Bruderschaft zusammenarbeiten können, um unseren teuren Bruder Gabriel in seinen Entscheidungen zu unterstützen Möge unser Orden in dieser schwierigen Zeit vereint bleiben und gestärkt aus dieser Prüfung hervorgehen Mit diesen Worten nahm Pater Brown wieder Platz Weise Worte wandte sich Bruder Dominik an Pater Brown, der direkt neben ihm saß, und flüsterte Bruder Gabriel ins Ohr Obwohl ich sagen muß, dass dir so ein Sabbat ja sicherlich gut tun würde, Bruder Pater Brown, der sichtlich empört war und gerade im Begriff stand, etwas auf diesen wohlmeinenden und dennoch wagemutigen Hinweis zu erwidern wurde abrupt unterbrochen, als die Tür des Speisesaals aufgestoßen wurde und ein Mann in Polizeiuniform hereingerannt kam In der Mitte des Saals blieb er Keuchen stehen und blickte sich suchend um Ah, Mr. Holmes, rief er aus und kam schnellen Schrittes auf meinen leicht irritierten Kollegen und mich zugeeilt In der einen Hand ein Papier schwenkend Ähm, räusperte sich Prio Adrian sichtlich verwirrt, während er sich erhob Darf ich wohl fragen, wie sie hier hereingekommen sind, Sergeant? Sämtliche Blicke richteten sich auf den Fremden in Uniform Na, durch die Pforte, sie war offen, erwiderte dieser immer noch außer Atem Mit verdutzt und teils vorwurfsvoller Mimik musterten die Mönche Bruder Emmanuel, der daraufhin nur mit den Achseln zuckte Jedenfalls fuhr der Polizist fort und trat einen Schritt auf Holmes zu Habe ich hier eine Mitteilung von Inspektor Lestrade für Sie, Mr. Holmes? Na, dann zeigen Sie mal her, was es diesmal zu beanstanden gibt, erwiderte Holmes genervt Und streckte dem Polizisten die Hand entgegen Nachdem Holmes das Schreiben gelesen hatte, wandte er sich mit ernster Miene an Pater Brown Wie es scheint, brauchen Sie keine Eildepesche mehr an Abtormus zu versenden, Pater Erschrocken sprang Pater Brown auf und verschüttete dabei den gesamten Inhalt des Wasserkrugs vor ihm über den Tisch Was soll das heißen, Mr. Holmes? fragte er entsetzt Ich hielt den Atem an Nun, begann Holmes, wie es scheint, hält Abt Thomas sich schon seit längerem nicht mehr dort auf, wo Sie ihn bisher vermutet haben Mit diesen Worten übergab Holmes Pater Brown das Schreiben Scotland Yard vermutet ihn in einem sicheren Versteck In einem Schreiben ohne Absender hat Abt Thomas Scotland Yard um Hilfe gebeten, weil er, wie er schreibt, von einer Verbrecherbande bedroht werde, erklärte Holmes weiter Pater Brown sank schwer auf seinen Stuhl zurück und las das Schreiben mit zitternden Händen Dann fügte Holmes leicht amüsiert hinzu Im Übrigen scheint Inspektor Lestrade inzwischen zur Vernunft gekommen zu sein Er will mich nun doch zu den Ermittlungen dieser überaus verworrenen Ereignisse hinzuziehen Wer hätte das gedacht? rutschte es mir unmittelbar heraus Holmes schaute mich aufmerksam an und schien mit seinen Gedanken schon wieder vorausgeeilt zu sein Wo wir schon einmal alle hier sind, meine Herren, erhob er seine Stimme und schaute auffordernd in die Runde Wäre es sicherlich angebracht, dass mein geschätzter Kollege Dr. Watson sowie meine Wenigkeit mit Ihnen die Befragung weiterführen Danach muss ich aufbrechen, warnte Holmes sich nun wieder an Pater Brown und mich Ich werde gebeten, mich umgehend auf die Polizeiwache zu begeben Es gibt wohl einige wichtige und interessante Details, die zu Tage gekommen sind Und Inspektor Lestrade nur mit mir persönlich teilen will Pater Brown, der das Schreiben inzwischen zu Ende gelesen hatte, standen die Sorgen um seinen Freund sowie große Verwunderung über das zuletzt Gesagte mit Großbuchstaben ins Gesicht geschrieben Doch er hakte nicht weiter nach und nickte nur Thomas und ich kennen uns seit unserer Kindheit Wir sind zusammen aufgewachsen und haben gemeinsam die ersten Schritte auf unserem Glaubensweg unternommen Der Gedanke, dass er jetzt in Gefahr ist, bedrückt mich zutiefst, sagte Pater Brown leise mehr zu sich selbst als zu uns Wir müssen alles tun, um Thomas in Sicherheit zu bringen Holmes legte ihm eine Hand auf die Schulter Wir werden ihn finden, Pater Ab Thomas ist ein Mann voller innerer Stärke und Weisheit, fuhr Pater Brown fort und schien sich allmählich zu fangen Etwas sagt mir, dass er sich ein Versteck gesucht hat, von dem aus er gegen die kriminelle Organisation agieren und uns Hinweise zukommen lassen kann Gemeinsam werden wir diesem Albtraum ein für alle Mal ein Ende setzen Dann begann Pater Brown, sich mit Prior Adrian darüber auszutauschen, was als nächstes zu tun sei um sich auf die unvorhergesehene längere Abwesenheit von Ab Thomas vorzubereiten und das Klosterleben in der Waltham Abbey entsprechend anzupassen Sie sprachen leise und eindringlich, planten die Aufgabenverteilung und überlegten, wie sie die Gemeinschaft stärken könnten, um diese Herausforderung zu meistern Die Sorge um Ab Thomas lag wie ein Schatten über ihnen Aber Pater Brown schien von einer wachsenden Entschlossenheit ergriffen zu sein die Sicherheit seines alten Freundes zu gewährleisten und den Zusammenhalt der Bruderschaft zu bewahren Ähm, räusperte sich der Polizist und schwenkte seine Mütze Ich muss mich dann jetzt verabschieden, ich finde den Weg allein raus Die Pfade ist dir wahrscheinlich immer noch offen Der Polizist sowie einige Brüder schauten zu Bruder Emanuel der abermals die Schulter zuckte und schuldbewusst nickte Nun denn, sagte Holmes und klopfte mit der flachen Hand auf den Tisch dessen weiße Decke inzwischen gar nicht mehr so weiß und stellenweise triefend nass war Er wandte sich an Bruder Severin Wir würden die Befragung gerne mit Ihnen beginnen Bruder Severin Das ist im Moment äußerst schlecht, Mr. Holmes blockte Bruder Severin ab In wenigen Minuten beginnt meine Schweigezeit, die wir Benediktiner regelmäßig einhalten müssen Holmes zog die Augenbrauen so weit nach oben, dass sich seine Sterne in tiefer Falten legte Bruder Severin fuhr fort Die benediktinischen Regeln sehen vor, dass das Schweigen für die nächsten zehn Tage anhält und durch nichts und niemanden unterbrochen werden darf Auch nicht für sie und ihre detektivischen Eingebungen, Mr. Holmes Holmes Augenbrauen zogen sich noch höher, als Bruder Severin spitzzüngig hinzufügte Wie Sie wissen, handelt es sich hierbei um einen strengen Orden, dessen Mitglieder im Gegensatz zu Bruder Gabriel fromm sind und sich an die Regeln halten Holmes Blick ruhte für eine Weile auf Bruder Gabriel, der weiterhin leise lächelnd an seiner Rose schnupperte und in Tagträumereien versunken war Ein Schweigegelübde also, murmelte Holmes höhnisch Ganz recht, bestätigte Bruder Severin Das ist wohl Ihre persönliche und fromme Art, mir zu sagen, dass Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen jede Aussage zu verweigern, wie? fragte Holmes, der sein Gegenüber mit leicht zusammengekniffenen Augen fixierte Als Bruder Severin durch seine Mimik signalisierte, dass die Schweigezeit zu ihm begonnen hatte, ließ Holmes mit einer wegwerfenden Handbewegung von ihm ab Wie sieht's mit Ihnen aus, Bruder Judah? Holmes nickte einem kahlköpfigen, hageren Mann zu, dessen tiefliegende Augen und strenger Gesichtsausdruck eine gewisse Unnachgiebigkeit ausstrahlten Dieser tauschte wortlose Blicke mit Bruder Severin aus und blickte daraufhin kopfschüttelnd in Richtung Holmes Schweige, Gelübde? fragte Holmes deutlich genervt und wartete gar nicht erst das darauf folgende Kopfnicken Bruder Judas ab Kommen Sie, Dr. Watson, sagte Holmes und erhob sich vom Tisch Mit dieser Art von Frömmigkeit kommen wir nicht weiter Ich erhob mich ebenfalls und wir verabschiedeten uns von den inzwischen verstummten Mönchen mit einigem Kopfnicken Auch wenn ich zugeben muss, dass die unverhofft eingekehrte Stille unter den Brüdern nach den vielen Streitereien während der Mittagsmahlzeit eine kleine Wohltat war So war mir dennoch bewusst, dass uns genau diese Stille sicherlich noch vor erhebliche Schwierigkeiten bei unseren Ermittlungen stellen würde Nachdem Pater Brown uns durch die Halle bis zur Hauptpforte begleitet hatte machten Holmes und ich uns auf den Weg zu Scotland Yard gespannt darauf, welche Neuigkeiten uns dort erwarten würden Die Droschke ratterte über die holprigen Landstraßen und schon bald drangen die Geräusche der Stadt Londons gedämpft durch die Wände des Gefährts Ich frage mich, warum die Brüder sich ausgerechnet jetzt in Schweigen hüllen dachte ich laut vor mich hin und hoffte wieder einmal, dass Holmes mir ein wenig auf die Sprünge helfen würde Doch Holmes blickte gedankenversunken zum Fenster hinaus Sein Körper war in sich zusammengesackt Er sah schlaff und müde aus Erst jetzt bemerkte ich die Flasche Medizin in seiner Hand, die ich ihm vor einiger Zeit verschrieben hatte und die er nach wie vor gegen seine Depressionen einnahm Ich habe aus den Augenwinkeln gesehen, wie einige Mönche sich durch Zeichensprache verständigt haben als unser Polizeikollege mir das Schreiben von Abt Thomas überreicht hat Zeichensprache, Holmes? Haben Sie etwa noch nie von der sogenannten monastischen Gebärdensprache gehört, Watson? Was vermag die Brüder wohl die Art Mundtot machen? fragte ich abermals Holmes' Augen funkelten im schummerigen Licht und ich konnte sehen, dass sein Verstand trotz der widrigen mentalen Umstände die seine körperliche Ermüdung mit sich brachte, fieberhaft arbeitete Wenn Sie mich fragen, hat die Dunkelheit bereits Einzug in die Waltham Abbey gehalten? antwortete Holmes plötzlich nach einer Weile Einige der Brüder könnten bedroht werden, während andere möglicherweise jemanden decken In jedem Fall geht es dort nicht mit rechten Dingen zu Ich nickte nachdenklich und ließ meinen Blick aus dem Fenster schweifen Die Stadt zog in einem verschwommenen Strom von Menschen und Gebäuden an uns vorbei Holmes' Worte halten in meinem Kopf wieder und ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass wir nur an der Oberfläche eines viel tiefer greifenden Mysteriums kratzten Was auch immer uns bei Scotland Yard erwartete, es würde uns hoffentlich einige Antworten liefern Sie kommen natürlich mit rein, Watson, forderte Holmes mich auf, als wir aus der Trosch gestiegen Sie wissen doch, Sie müssen einspringen, sollte mich meine Kraft wieder einmal verlassen Ich kann nach wie vor nicht behaupten, dass ich seit dem vergangenen Fall wieder ganz der Alte sei Wir betraten das beeindruckende Gebäude von Scotland Yard Die Luft war erfüllt von Geschäftigkeit und Eile Inspektor Lestrade erwartete uns bereits am Eingang, seine Miene ernst und entschlossen Holmes, Watson, gut, dass Sie so schnell kommen konnten begrüßte er uns knapp und überraschend wertschätzend Es gibt neue Entwicklungen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern Holmes richtete sich auf Seine Müdigkeit schien in der Anwesenheit von Lestrade und den neuen Herausforderungen zu schwinden Sein scharf gestellter Verstand lächzte förmlich nach neuen Informationen, die er so dringend benötigte, um das Rätsel zu lösen Dann lassen Sie uns keine Zeit verlieren, Inspektor, erwiderte Holmes Lestrade nickte und führte uns durch die belebten Gänge von Scotland Yard bis zu seinem Büro, das sich am hintersten Ende eines langen schmalen Korridors befand Die Wände waren mit alten Fahndungsplakaten und Porträts von ehemaligen Polizisten bedeckt Die dem Ort eine ehrenwürdige aber auch leicht bedrückende Atmosphäre verliehen Im Büro angekommen fiel mein Blick sofort auf den großen massiven Eichenschreibtisch Der in der Mitte des Raumes drohte Auf ihm befanden sich ordentlich gestapelte Akten Eine altmodische Schreibtischlampe und ein Tintenfass mit einer eleganten Feder Die Wände waren mit Bücherregalen gesäumt Gefüllt mit Gesetzesbüchern und kriminalistischen Nachschlagewerken Zwei bequeme Ledersessel standen einladend vor dem Schreibtisch Mr. Holmes, begann Lestrade ohne Umschweife, nachdem wir Platz genommen hatten Ich will ganz offen mit Ihnen sein Bei Bruder Gabriel ist etwas nicht ganz koscher Holmes und ich tauschten einen Blick und mir war sofort klar, dass Holmes sich schwer zurückhalten musste Während Lestrade fortfuhr Nach etlichen Gesprächen mit Bruder Cedric, in denen er uns vieles über das Kloster offengelegt hat Die internen Abläufe, die benediktinischen Regeln und so einige seltsame Vorkommnisse Bin ich zum Schluss gekommen Dass wir unter diesen Umständen Pater Brown nicht mehr vertrauen können Ich habe allen Grund zu glauben, dass auch er mit Bruder Gabriel unter einer Decke steckt Aus diesem Grund habe ich Sie hierher gebeten Und wie genau kommen Sie auf diese Schlussfolgerung, Inspektor Lestrade? Fragte Holmes in monotonem und für mich deutlich hörbar gelangweiltem Tonfall Hatte Holmes bei diesem Besuch doch mit etwas mehr Substanz gerechnet? Bruder Cedric hat in seinen Aussagen deutliche Worte in Richtung Pater Brown gefunden Erklärte Lestrade Er hat uns glaubwürdig dargelegt, wie Bruder Gabriel heimlich Pflanzen aus dem Klostergarten entwendet Und mit ihnen Experimente durchgeführt hat Von denen Pater Brown angeblich nichts wissen wollte Bruder Cedric behauptet, dass Pater Brown diese Aktivitäten nicht nur geduldet Sondern aktiv unterstützt hat Inspektor Lestrade, ich kenne Pater Brown und Bruder Gabriel als Männer von großer Integrität Erwiderte Holmes scharf, ohne auf die Pflanzenexperimente einzugehen Pater Brown ist ein Mann des Glaubens und des Gewissens Und Bruder Gabriels Arbeit als Kräutermeister ist für viele Menschen sehr hilfreich Es wäre äußerst untypisch für sie, sich in zwielichtige Machenschaften verwickeln zu lassen Lestrade fuhr unbeeindruckt fort Seine Miene kühl und fest Bruder Cedric hat außerdem mehrfach angedeutet Dass Bruder Gabriel in Zusammenarbeit mit fremden Personen gefährlich Experimente durchführt Ich glaube nicht, dass Bruder Cedric sich das alles nur aus den Fingern saugt Holmes Augen verengten sich zu schlitzen Das sehe ich anders, konterte er Es würde Bruder Cedric sogar sehr ähnlich sehen, andere Menschen anzuschwärzen Lestrade ließ sich nicht beirren und beugte sich vor Seine Stimme wurde drängender Jedenfalls gibt es inzwischen stichhaltige Beweise dafür Dass Bruder Gabriels Pflanzenexperimente nicht nur zu Heilzwecken dienen, Mr. Holmes Durch Holmes fuhr ein spürbarer Blitz Er lehnte sich langsam zurück, ein kaltes Lächeln spielte um seine Lippen Die Atmosphäre im Raum war elektrisierend Sie haben meine volle Aufmerksamkeit, Inspector Lestrade Die Atmosphäre im Raum war elektrisierend Die Atmosphäre im Raum war elektrisierend Die Atmosphäre im Raum war elektrisierend Vielen Dank.